Seid doch mal Kavalier, hilf mir doch mal drauf. Ja, trotzdem klatschen wir da, dass du drauf bist. Ich muss jetzt mal einen Schluck trinken, so trocken hier. Schön festhalten, das ist Stufe 3. Uh, das ist schön, ne? Aber du machst das ganz gut. Und ist das schön? Ich will erst mal sehen, wie sie mich anguckt hier. Das macht dir Spaß, ne? Nein? So, rutsch mal ganz nach hinten gerade. So, jetzt zeige ich euch, wie man Kinder macht. So, ihr geht mal ein bisschen zurück. So, packst du mal richtig an die Kiste und zieh sie mal ran. Richtig schön nach vorne rutschen. Meine Güte. So, guckt sie euch an. Ich will nachher keine nassen Hosen sehen. Wir werden es euch erst mal ganz zart besorgen. Hä? Was, bist du schon gekommen? Wir waren da noch gar nicht fertig. Los, wieder drauf. Zu, wieder drauf. Oder wollt ihr mal einen kleinen Stellungswechsel machen? So, du hinten oder so, so wie zu Hause. Jetzt muss man die Frau wieder nach oben riefen. Jetzt muss man die Frau wieder nach oben riefen. Meine Güte. Willst du noch mal? Ja. Sie will noch mal. Die Frau ist gut. Ja, jetzt brauchen wir wieder einen, der so drauf riefen. Ja, nur geh drauf. Der Mann muss wieder helfen. Ob die Hosen das noch durchhält. Meier zieht Supermänner an. So, rutsch ganz nach vorne.